Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mad Max. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Ölbrunnen freigeschaltet. Den werde ich ja gerade mal bauen. Da ist er. Ölbrunnen bauen. Klack, klack, klack und und und. Fertig? Jawohl. Fertig. Fertig. Und jetzt gucken wir nochmal. Wir haben hier Putzkuh füllt nur ein Teil und Speerkuh und Wasserspeicher. Putzkuh ist auf jeden Fall ziemlich mir wichtig. Wir pennen nur welche. Hier keine Ahnung. Wo ist der Rest denn? Nichts zu sehen. Klack, 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 klack. Ja, ja. Hier. Was steht hier? Der Wassertank, ne? Der Wasserspeicher. Ne, den wollen wir erstmal nicht. Hier auch nicht? Mann. Ähm. Hier auch nicht? Mann. Ähm. Wo ist das? Also hier kann oben nichts. Muss ja unten irgendwo überhaupt sein noch. Schrott. Habe ich hier Schrott schon? Schrott habe ich hier schon. Putzkuh und Speer. Wo ist das denn? Da. Putzkuh. Da wollen wir hin. Okay. Schnellreiser. Geht nur noch da. Na gut. Dann machen wir nochmal eine Schnellreise noch da. Und holen uns jetzt die Putzkuh. Bitte schön sauber machen. Ah, hier mein Auto. Ah, warum können wir da noch nicht eine Schnellreise hin machen? Oh, da tut es was. Nein, da. Da wollen wir hin. Können wir noch was mitnehmen hier auf der Reise? Ja. Boah. Machen wir mal so einen kleinen Abstecher noch. Und dann? Ah, das ist immer noch da? Ja. Ich habe noch da. Na gut. Da, da. den tanken muss man mitnehmen ich hatte doch das eine mal bisschen tankprobleme tanken kannister aufgewandt Oh, so enge Kuh, ne? Jetzt aber. Die blöde Kree hab ich mal gewischt, oder wat? Noch nicht. Mann. Oh, das ist ja doof. Ich muss mal ganz kurz da hochfahren. Komm ich gar nicht hochfahren. Okay. Jetzt aber. Mann, hat das lange gedauert. Jetzt gucken wir mal nach dem Suchbereich, ob er hier unten ist. Bestimmt, ne? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Oh. Okay. Okay. schnell ich habe angst eh alles gut hier gibt es noch footy ach da um der ecke habe ich das schrot vergessen such bereich fertig das freut mich doch die begegnen auch noch mit haupt mich überfahre ich ihn diesmal nicht ja komm da bist du da bist du nicht ha 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 nein da laufe ich zu fuß und hol mir gleich das auto wenn er so blöd eingeklemmt ist guten tag hallo hallo möchte mit dir sprechen geht doch hält ich habe gesehen wie du die teamer peitsche geschützt hast lager alle lager in den turm angeben soll ein großer sammler tausam sein ok war an betten zu ja mächtiger staub ist ok und der zu fuß und laufen oder hat ich fühle mich jetzt nicht irgendwo wieder schnellreise irgendwo anders hin machen ich habe gerade kein auto zur verfügung irgendwo ich habe gerade kein auto zur verfügung irgendwo also wenn ihr so eine probleme habt einfach ein bisschen raus rennen dann geht das eigentlich schon komm ich doch nicht hoch ja so geht auch eine komische fahrt ist lustig nein also heute habe ich es ja mit autofahren ja so Das war's für heute. Jetzt haben wir uns aber das Teilbohnen. Ja, Geronimo hat geklappt. Sollte eigentlich nicht passieren, aber... Outsch! Okay. Ich steig mal aus. Guten Tag. Hallo. Au. Boah. Mann, sind die viele jetzt. Ja, ist klar. Na komm. Ja Mann, haben wir geschafft. Putz Crew. Sehr schön. Putz Crew für Pinky. Dann fahren wir mal schnell zurück. Oder mal schnell Reise, besser gesagt eine schnell Reise zurück. Putz Crew. Da unten liegt. Jawohl, fertig. Putz Crew. Also liebe Leute, das war's für heute. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren. Also, bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.